Warnung! Verlassen des sicheren Bereichs! Agent, Plünderer haben die wöchentliche Nahrungsmittellieferung aus dem Verteilzentrum in Brooklyn Heights gestohlen, um sie an Hungernde zu verkaufen. Die wollen nur vom Leid der Menschen profitieren. Holen Sie die Vorräte zurück! Machen Sie es gut! Was? Das war fantastisch! Was? Was? Ich hab meine Augen Zeit. Ich habe die Säden nicht mehr vor. Ich werde die Säden nicht mehr auskennen. Da kann ich den Dramatik runternehmen. Ja, da ist dein Dramatik nicht mehr. Was? Das ist die Säden nicht mehr. Ich habe geäußte Beine gezogen. Untertitelung des ZDF in der Nähe. Komm schon. Ich sag's doch nicht. Wer zum Teufel bist du? Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Ich bin festgenagelt! Ich bin festgenagelt. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Gute Arbeit, Agent. Wir bringen das Essen zu den Leuten, die es brauchen. Denn ich glaube, ich drehe hier bald durch. Der ganze Scheiß, den ich höre. Nun, sagen wir, das klingt mehr nach Grusel-Thriller als nach echtem Leben. wer da ist. Ich habe etwas für ein postbiologisches Händler. Das muss aber wieder nicht sein. Ich habe recht zu sagen. Aber leider… … ich habe schon einen Schulter in der Wohnung. Jetzt habe ich schon wieder nicht die Knochen. Ich habe gar nicht viel Geld. Ich habe es nicht aufgeregt. Ich habe es nicht aufgeregt. Aber immer bald, ich habe es nicht aufgeregt. Na das ist nicht schlafen, genau da. Wo wird es nicht hoch? Ich würde nicht aufgeregt sein. Ein bisschen so weiter runterauchen. Was ist das? 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 Das sind gute Sachen Ja, das war Zeitverschwendung Ich sag's dir das Was ist das? 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 Du hast das? Was ist das? Gute Arbeit, Agent. Jetzt können die Verletzten endlich ihre Medikamente erhalten. Schlagt den Abschaum zurück! Mann, gut, dass Sie auf unserer Seite sind. Danke, dass Sie hier sind. Keine Ahnung, was ohne Sie passiert wäre. Wir sind alle so dankbar. Wir sind alle so dankbar. Hey, laufen Sie doch nicht weg! Was ich getan haben, bedeutet mir persönlich sehr viel, da ich mein ganzes Leben in Brooklyn verbracht habe. Sie verpassen was. Eine bessere Auswahl finden Sie nirgendwo. Hey, das sollten Sie sehen.